Jo Leute, was geht? Freunde, kennt jemand von euch noch die legendäre Schokopizza? Ich weiß gar nicht, wann die rauskam, aber die kam so irgendwo um den Zeitraum raus, wo es noch den Pizzaburger gab. Und by the way, ist euch aufgefallen, dass es keinen Pizzaburger mehr gibt? Also das habe ich so oft gegessen, immer als Schlag den Rab lief und solche Sachen. Oh mein Gott, das waren schöne Zeiten, Leute. Also ja, heutzutage gibt es vieles nicht mehr. Und ja, wir werden uns das heute mal anschauen auf dem Kanal von FlexerQ, also checkt die unbedingt aus. Wir schauen uns das Video an, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und wir werden uns das anschauen. Und habt ihr die Schokopizza schon mal gegessen, schreibt es in die Kommentare, Leute. Also wirklich, ich habe sie vielleicht viermal gekauft und ich fand sie echt gut, aber sie war einfach zu groß und die hätte eigentlich überleben müssen. Das ist für mich ein Dessert gewesen, für viele Personen, zur Party, das ist geil. Das Jahr 2017. Ihr schlendert nichts an durch den Supermarkt eures Vertrauens, geht wie immer direkt an den Gemüseregal vorbei und läuft zielgerichtet mit langsam sich erhöhtem Tempo in die Tiefkühlabteilung. Weil natürlich die Ofenfrische mal wieder im Angebot ist. Ja, ey, ganz ehrlich, also Ofenfrische ist okay. Die war eigentlich ganz gut. Aber ich esse nur noch, ey Leute, ich esse nur noch eine einzige Tiefkühlpizza. Es ist keine Werbung. Aber für mich ist Gustavo Gusto die einzige Tiefkühlpizza, die ich noch esse, weil der Rest ist einfach, der Boden ist Müll. Der Boden besteht aus Müll, der Pizzaboden, bei allen anderen, sorry. La Mia Grande zum Beispiel auch, soll ja die Luxuspizza sein. Die hat auch bei weitem nicht die Qualität von Gustavo Gusto. Du holst dir so eine Pizza und es schmeckt wirklich diese Hefe, du schmeckst es raus. Es schmeckt wie eine echte Pizza. So, das hast du sehr, sehr selten. Also finde ich Gustavo Gusto echt gut. Dann erblickt ihr sie. Kostet natürlich mehr. Zwischen all den Klassikern. Zuerst könnt ihr es gar nicht fassen. Doch dann überkommt euch die Neugier. Und zu eurem ausgewogenen Einkauf von drei Ofenfrische Salami und zweimal Ofenfrische vier Käse kommt auch noch eine Kalorie. Boah, ey, ich esse nie wieder vier Käsepizza. Weil ich weiß nicht, wie viel Fett da drin ist. Oh mein Gott. Einzige Pizza, die ich noch esse und genießen kann, ist Thunfisch. Thunfisch ist die gesundeste Pizza von allen, weil sie am wenigsten Fett hat und Fisch ist generell gut. Omega-3-Fettsäuren und die Proteine ein bisschen. Also das ist das Einzige, was ich mir geben kann. Salami-Pizza kommt bei mir auch nicht ab und zu, nur wenn es nichts anderes gibt. Aber Schokopizza, ey, die war so gut. Ich würde alles dafür tun, nochmal die Schokopizza zu gönnen. Ich war ein Riesenfan davon. So traurig, dass es die nicht mehr gibt. Die Schokopizza von Dr. Oetker. Also gehst du voller Scham nach Hause. Das ist halt wirklich ein Snack, den kannst du, das ist wirklich, es ist so geil. Also diese Schokopizza, ich habe es auch bei Tanzverbot gesehen ursprünglich. Da dachte ich mir, ey, probier es mal. Ich habe es mir gemacht und ich habe gegessen und ich so, oh, warme, der ist erstmal sehr heiß. Warmer, warme Schokolade, geschmolzen. Du isst es, es schmilzt alles in deinem Mund. Du isst es, dann hast du diesen Boden, der so aus Weizen und Kakao ist. So ein schön weicher Boden, der auch ein klein bisschen knusprig am Rand ist. Und dann denkst du, oh Junge, das ist so geil gewesen. Mehr als zwei, drei Stück konnte ich nicht essen. Das ist halt eine Pizza, die teilst du vorher in halbe, halbe auf. Und dann tust du dir die eine Hälfte. Und dann isst du die, wenn du mal wirklich sowas wie eine Torte haben willst. Das ist für mich genau der Ersatz für eine Torte. Schokopizza. Warum gibt es die nicht mehr? Ich bin wirklich traurig deswegen. Es tut mir leid, ich bin wirklich, wirklich traurig. Heiz den Ofen voller Demut auf 200 Grad vor und da ist sie. Zarte Milchschokolade, Raspen, Schokolade. Egal, was ihr sagt und denkt, das sieht ekelhaft aus. Denkt dran, das ist Schokolade. Weiße Schokolade, schwarze Schokolade, Milchschokolade, Schokoschokolade, Schokobodenschokolade und Schokopizza. Schokolade! Rüppchen und weißes Schokoladestückchen auf einem Mischboden aus Pizza und Kakao. Die Esserfahrung ist aber alles andere als angenehm. Nach dem ersten Stück fühlst du dich schlecht. Nach der halben Pizza zweifelst du an deinem Leben und dein Geist sagt, Hey, das geht nicht! Hast du die ganze Schokopizza? Komm einmal essen! Adios! Was soll denn schon passieren? Meinst du, ich fliege in die Luft? Nein, schlimmer. Erst rutschen sie dir alle in die Oberschenkel. In die Schenkel? Und dann fliegst du in die Luft. Doch, wie kam es zu dieser ungewöhnlichen kulinarischen Kreation, die wohl jedem Italiener Einschlag ins Gesicht war? Nachdem Dr. Oetker den... Der Pizza-Burger. Den fand ich persönlich nicht so lecker wie die Schokopizza. Aber es ist ein All-Time-Classic. Warum gibt es den nicht mehr? Ey. Mann, Dr. Oetker, ihr habt so gute Sachen gemacht. Jetzt kommt nur noch nichts. Ihr macht nichts mehr. Traut euch nicht mehr. Wegen der einen Pizza-Burger rausbrachte. Für Pizza-Burger an der Stelle wurde es Zeit für die nächste ausgefallene Kreation, die die Massen begeisterten. Der ganze Wirbel um... Wisst ihr, was nach der Schokopizza kam? Die Nudelpizza. Einmal gegessen. Ekelhafter geht's nicht. Ekelhafter ging's nicht. Schokopizza war wirklich gut. Das ist sechs Jahre her. Schöne Zeit. Schöne Zeit. 2017. Ey. Das macht mich emotional. Mit dem Post der deutschen Food-Bloggerin Food News Germany, die es irgendwie geschafft hat, elf Tage vor der offiziellen Veröffentlichung an die Schokopizza heranzukommen. Sofort übergab sie eines der heiligen Exemplare dem noch kleinen YouTuber Junkfood-Guru, der bereits noch am selben Tag ein Video über die ungewöhnliche Pizza auf YouTube stellte. Das Video hat über 500.000 Klicks. Und Junkfood-Guru ist jetzt kein YouTuber, den ich sehe, der wirklich viele Klicks macht. Immer wenn es so Hype-Produkte gibt, dann werden die Videos natürlich viral gehen bei ihm. Ich finde den ganzen nett. Das Video explodierte und die Schokopizza war von den Medien nicht mehr wegzudenken. Das offizielle Verkaufsdatum der Pizza war jedoch auf dem 1. April angesetzt, was bei vielen Leuten zum Misstrauen führt. Wenn die Schokopizza am 1. April erstmals in der Hand erhältlich sein soll, halte ich das Ganze für eine Werbekampagne. Ich habe auch gedacht, die Schokopizza ist ein Scherz. Das habe ich die ganze Zeit gedacht. Ich dachte, wenn der 1. April rauskommt, nein, die ist nicht real. Das ist nur ein Gag. Bis ich sie irgendwann, irgendwann im Rewe gesehen habe und dachte mir, Bro, die kaufst du dreimal. Ein vorgezogenen April-Scherz, dem natürlich die Medien voll auf den Leim gehen. Am 1. April wird dann aufgelöst, dass es sich um Fake-News handelt. Zudem, niemand braucht eine Schokopizza, wohin ihr bei regelmäßigen Verzerr die Zähne und die Gesundheit. Typ 2 Diabetes ist bei regelmäßiger Verkostung damit vorprogrammiert. Doch auf einmal war sie da, die Schokopizza. Auch nach der Veröffentlichung ließ der Medienhype nicht nach und die Schokopizza warf sehr viele Kontroversen auf. Dr. Edgar Twitter-Admin. Einfach savage. Ja, ey. Ey, 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 ey. Ja, 1000 Kalorien. Ja. Isst du die halbe Pizza, ist nur 500 Kalorien. Das heißt, denkt mal, wie viel eine Salami-Pizza von Dr. Edgar hat. 800 Kalorien. Also so ein Unterschied macht es gar nicht. So ein Riesenunterschied macht es wirklich nicht. Ich habe gedacht, dass das Ding ist 2000 Kalorien oder so. Ich war erstaunt darüber, wie wenig Zucker auch da drin war. Also die war, natürlich war da Zucker drin und so. Aber die war nicht so süß, wie man sich wirklich Schokolade süß vorstellt. Es war wirklich so eine etwas ent-süßte Schokolade, die aber sehr viel davon hat. Und dadurch wurde es wieder süß. Nichts für normale Menschen. Auch wenn ich die Pizza damals gefühlt weggeatmet habe. Alles für die Gains. Ja, siehst du. Funktioniert doch. Ladies? Was macht man dann also, wenn die Pizza nicht mehr so gut ankommt? Na klar, man bringt eine kleinere Version der Pizza... Was? Moment. Was? Die haben eine kleine Version gebracht? Warum wusste ich davon nichts? Was? Das ist doch genau perfekt. Dr. Oetker, bitte, bringt die Schokopizza zurück. Genau das habe ich gewonnen. Ey, Mann. Ey, Mann. Die gab es auch noch in der kleinen Version. Och, nö. Aber Moment mal kurz. Die sieht doch anders aus. Der Boden ist nicht aus Kakao. Das ist nicht die OG-Pizza. Mann. Gut. Die wäre bestimmt auch sehr angenehm zum Essen, aber die mit dem Kakaoboden, den hast du geschmeckt. Den hast du wirklich geschmeckt. Und du hast gesehen, das sieht aus wie ein Riesenkeks aus Subway. Ich bin so traurig. Dr. Oetker, please. Bitte, 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 bringt die Schokopizza zurück. Bitte, 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 Alles die Dosis macht's. Egal was du isst, die Dosis macht's. Also kann das Ding auch durchaus ab und zu gegessen werden. Aber auch diese Pizza konnte sich einfach nicht auf dem hart erkämpften Markt der Tiefgepizzen durchsetzen. Und so gab 2019 ein Sprecher Dr. Edgards über das Aus der Schokopizza bekannt. Es gab einfach keine ausreichende Fanbase mehr. Wisst ihr, was der Fehler war? Ich sag euch mal was. Der Fehler von Dr. Edgar war, die Schokopizza als ein Mittagessenersatz oder ein Mittagessen zu verkaufen. Für mich ist die Schokopizza, und das sage ich euch ehrlich, ein Dessert. Das heißt, ich würde sie zu den Torten packen. Zu den Kuchen und Torten in der Tiefkühlabteilung. Und da würde ich die Schokopizza reintun. Ich würde die Verpackung ändern, dass man nicht denkt, dass es sich hier um eine normale Pizza handelt, sondern wirklich eher um ein Dessert. Also hätte ich so eine Dr. Edgar Special Dessert Edition gebracht oder so. Und dann wird das Ding laufen. Das läuft. Bring drei Geschmacksrichtungen mit Nüssen, mit Schoko, weißer Schokolade und fertig. Dann hast du deine Kollektion und du wirst dir auf lange Sicht einen großen Markt erarbeiten. Natürlich hast du am Anfang einen Hype, der größer war als bei jeder anderen Pizza. und dann flacht er auch ab. Aber irgendwann hast du dir eine Basis aufgebaut von regelmäßigen Käufern, die das Ding mögen, aber die waren halt von dem Geschmack irgendwann gesättigt. Wenn sie mehr Geschmacksrichtungen gebracht hätten, mit Toffifee oder mit Nüssen, oder mit Oreo, eine Kooperation mit Oreo, du machst einen Oreo-Boden. Das hat so Potenzial, aber ihr seht es nicht. Die Aufregung der frustrierten Fans war riesig. Jedoch führten die ganzen Tweets zu nichts. Die Population der Schokopissen in den Kürigan wurde immer dünner. Also ich bin ehrlich, wenn ich jetzt eine Schokopizza sehe, kaufe ich mir fünf Stück und ich bräte die in einem Monat oder eineinhalb Monaten oder zwei Monaten aufessen. So. Das ist ein Sonntagabend Kuchendessert. Für mich. Und es ist super lecker. Kannst du noch Sahne drauf machen, vielleicht noch ein paar frische Erdbeeren drauf. Ja, cool. Die Produktion wurde gestoppt. Die letzten Exemplare wurden von übergewichtigen Bildern langsam ausgerottet. Und die Ära der süßlichen Pizzen nahm ein trauriges Ende. Einmal gedenkte noch der Twitter-Account an die Schokopizza. Sie schmeckte niemals nach Sohn einer bestimmten Mutter. Aber das konnte der Schokopizza langfristig auch nicht helfen. Aber sonst wurde es still um die Pizza. Daher nochmal zum Abschluss meine Top 5 neue Pizzasorten als Vorschlag für Dr. Oetker. Pizza Dino Nuggets. Dino Nuggets. Die scharfe Pizza. Oh, scharfe. Ja, haben wir doch. Ja, wo. Pizza Toffee-Fee. Ey, yo. Das ist doch genau der Vorschlag, den ich meine. Ah, jei, jei. Aber mit so viel Karamell. Pizza Dolce Altoffee-Fee. Pizza Skorpioni. Okay. Ähm. Gut. Bei der aktuellen Zeit, wo man jetzt Insekten auch in Essen tun kann, ähm, bitte. Hier. Skorpion. Und natürlich Herr Schwabe, die Cash-Betzler-Pizza. Sehr gutes Video. Sehr gutes Video. Wir gucken uns noch was zum Pizza-Burger, glaube ich, an. Weil das würde mich auch sehr, sehr interessieren. Also, wenn ihr das wollt, lasst ein Like da, Leute und abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sind uns im nächsten Video wieder. Schreibt eure Meinung zur Schokopizza in die Kommentare. Wart ihr eine der glücklichen Personen, die eine Schokopizza gegessen haben? Falls nicht, dann, ey, es tut mir leid. Ihr habt das größte Ereignis in eurem Leben verpasst. Ich hab Mitleid mit euch. Also, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ids raus, haut rein und ciao.